Es ist einfach total spannend und es passiert total viel. Und da sind auch so Stunts, die die Kinder dann machen und so, wo ich selber überrascht und dachte, ha, stimmt, das stand zwar im Drehbuch, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann auch so gemacht wird. Es gibt eine Szene, da werden Oskar und Lina irgendwie vom Turm, fällt einer runter und der andere ist am Seil befestigt und treffen sie sich so in der Mitte und wie das gemacht wurde, dachte ich so, wow, okay, ja, ist auch ein Actionfilm. Also, ich weiß nicht. Und einfach die Tatsache, dass die Eltern geschrumpft werden. Und es ist halt, glaube ich, cool auch für Kinder zu sehen, dass die dann auf einmal so die Eltern sind und die Eltern die Kinder werden und so rumquengeln und sagen, ah, ich muss pullern und wie lange brauchen wir noch? Und es macht halt auch total Spaß, als Erwachsener dann sowas zu spielen.